Oh, was hast denn du da? Das schaut ja aus wie eine Geige, die zu viele Klöße gegessen hat. Ja, Ebo, da hast du recht. Es ist Herkunfts geworden dann vielleicht, war das bestimmt der selbe Fall gewesen, aber nein, das ist die Bratsche. Das ist sozusagen die Schwester von der Geige. Und man braucht auch einen Bogen, genauso wie die Geige langt. Und dann klebt es so. Also meine Elfohren sagen mir jetzt, dass die Bratsche tiefer klingt als die Geige. Und ich denke, das kommt daher, weil die einfach größer ist. Stimmt's? Ja, das stimmt. Es klingt tiefer wie die Geige, natürlich, weil die größer ist. Aber sonst brauchen wir das gleiche Brücken und sieht genauso gleich aus. Aber hast du schon, das klingt tiefer. Und es klingt bestimmt ganz besonders toll, wenn die zusammen spielen würden. Ja, natürlich, natürlich. Man kann natürlich ein Orchester spielen, ein Duo oder ein Trio. Man kann sehr viel damit machen, das ist schon richtig. Ich klingt auch schön. So ein bisschen tiefer als die Geige, das erwärmt auch mein Elmoherz richtig. Ja, das ist recht, übrigens. Du musst sowas spielen spielen. Schön. Dankeschön, dass du mir das vorgesprachst. Ja, habe ich gerne schon gemacht. Und wie gesagt, freue mich natürlich, wenn die Kinder zu uns kommen. Tschüss. 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 Tschüss.